Hallo, ich bin der Steffen Kühnberger, ich bin Teamleiter im Warenausgang und heute zeige ich euch unser 8000 Quadratmeter großes Lager. Uns stehen ca. 10.000 Palettenstellplätze zur Verfügung. Dies würde reichen, um zweimal das Freudenfeuer in Den Haag zu veranstalten. Im Schnitt versenden wir zwischen 800 und 1000 Paketen am Tag. Und dass uns die Luft nicht ausgeht, produziert uns dieser Kamerad bis zu 2 Kilometer Luftpolsterfolie. An Weihnachten und in den Black Friday Cyber Weeks vervielfacht sich unser Auftrags- und Versandvolumen. Da geben wir erst recht Gas. Im Wareneingang erwarten wir pro Tag zwischen 5 und 6 LKWs. Aber der richtige Spaß sind die Container, denn sie sind voll mit losen Gaming Chairs. Wir arbeiten agil und flexibel und erfüllen fast alle unsere Kundenwünsche. Und so realisieren wir beispielsweise auch unsere Custom Staging Aufträge. Also dann, bis zum nächsten Paket! Bis zum nächsten Paket!